Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir die erste von insgesamt 16 Buben- und Mädelgeschichten von Josephine Siebe. Möchtest du garantiert keine einzige dieser Geschichten verpassen? Dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß! Oberheudorf, wo es liegt und wie es darin aussieht An einem Frühlingstage kamen drei junge Männer auf ihrer Wanderung durch das deutsche Land nach Oberheudorf, das zwischen Gebirge und Ebene liegt. Als sie in das Dorf einzogen, lief ihnen unversehens ein Schweinchen in den Weg. Da rief der Erste, der sich leicht über jeden Quark ärgerte, Pfui, ist das ein abscheuliches, schmutziges Dorf! Hier laufen ja die Schweine auf der Straße herum! Und was für hässliche, baufällige Häuser das Dorf hat! Und er sah dabei immer nur des Schnipfelbauers alten Ziegenstall an. Die anderen Häuser würdigte er keines Blickes. Schnurstracks eilte er von dann, und in sein Reisebuch schrieb er, Oberheudorf ist klein, schmutzig und hässlich. Der Zweite, der zu denen gehörte, die alles besser haben wollen, sah, als er durch das Dorf ging, immer in die Luft hinein und rief, Wie niedrig die Berge sind und wie weit der Wald entfernt ist! Auf einem der Berge müsste eine Burg stehen, der Bach müsste breiter sein und brausend bergab stürzen. Ja, dann möchte mir das Dorf gefallen! Flugs lief auch er von dann, und in sein Reisebuch schrieb er, Es lohnt sich nicht, Oberheudorf anzusehen, es hat keine schöne Lage! Der Dritte der jungen Leute aber blieb mitten im Dorf stehen und schaute sich um. Er sah die blühenden Fliederbüsche in des Schnipfelbauers Garten und übersah darüber den baufälligen Ziegenstall. Er sah die kleine, weiße Kirche, deren Spitzestürmchen sich scharf von dem lichten Frühlingshimmel abhob. Er sah die roten Ziegeldächer der Bauernhäuser in der Sonne leuchten und sah, wie liebevoll der große Apfelbaum seine blütenschweren Zweige über Murmelenelis Häuschen breitete. Wohl waren die Berge nicht allzu hoch, aber schöner, dichter Tannen und Laubwald bedeckte sie. Auf dessen Boden reiche Moosteppiche lagen und zarte, helle Blumenblüten. Wohl war das Bächlein schmal, aber es plätscherte und brauste vergnügt durch das grüne Wiesental und sah aus, wie ein aus Silberfäden gesponnenes Gürtelband. Kein Winkelchen im Dorfe ließ der junge Mann unbesehen. Er trat auch ein in die Häuser und freundlich hießen ihn die Bauern willkommen. Er saß dann in den niedrigen, holzgetäfelten Stuben, freute sich über die alten, bunt bemalten Truhen, über die großen Schränke mit den dunklen Schnitzereien und die grünen Kachelöfen in den Ecken. Er ließ sich die Milch und das Brot schmecken, das die Bäuerinnen ihm vorsetzten, und freute sich, wie sauber die Höfe und Ställe aussahen und wie viele, viele Blumen in den winzigen Gärten blühten. Er saß dann noch lange auf der grünen Bank vor Schuster Pechtrats Hause unter dem dicken Pfingstrosenbusch und ließ sich allerlei von dem Schuster erzählen. Mit lachendem Behagen sah er den Kindern zu, die auf der Dorfstraße spielten. Da kam ein dicker, blonder Bub heran und sagte, »Ich bin Schulzens Jakob«. Und ein anderer, der lang und dünn war und struppige schwarze Haare hatte, rief, »Ich bin Anton Friedlich, und das da ist der blaue Friede.« Er zeigte dabei auf einen Buben, der blaue Hosen, eine blaue Jacke, blaue Strümpfe und blaue Augen hatte. »Ich bin Heine Peterle«, rief ein anderer und spielte sehr vergnügt mit seinen Holzpantoffeln Fangball. Ein kleines Mädchen trippelte an des Schusters Haus vorbei. Sie hatte braune Zöpfe und braune Schelmenaugen und flüsterte, »Ich heiße Annchen Amsi, und dort kommt Waldbauers Mariandl.« Hinter ihr kam ein Mädelchen, rosig wie ein Borstorfer Apfel, mit Haaren, die so gelb waren wie das reifende Korn. Es kamen noch mehr Buben und Mädel, die ihren Namen nannten. Es kamen Blonde und Braune, Kleine und Große, Kecke und Schüchterne. Der junge Fremde nickte allen zu und sprach mit ihnen. Und sie zeigten ihm ein großes rotes Haus, das inmitten gründer und blühender Bäume lag, und sie sagten, »Das ist die Schule.« Als der Fremde aber mehr von der Schule wissen wollte, liefen sie fort und lachten. Als die Sonne sank und ihr Widerschein rot glühend auf den Dächern der Häuser lag und die Wipfel der Bäume aussahen, als wären sie in flüssiges Gold getaucht, da nahm der Fremde Abschied von Oberheudorf. Leise rauschte der Abendwind, die Vögel tauschten zwitschernd ihre Abendgrüße und die Ferne versank in blauer Dämmerung. Heiter ging der Fremde von dann, und in sein Reisebuch schrieb er, »Oberheudorf ist ein anmutiges, freundliches Dörfchen in schöner Lage. Es ist dort gut sein, ich werde es bald wieder aufsuchen.« Und das tat er auch. Er reiste im Sommer hin, als das Korn reife und schwer beladene Erntewagen in das Dorf einfuhren. Dann kam er im Herbst wieder, als alle Äpfel, Birnen und Pflaumenbäume voll Früchte hingen und die Kinder von früh bis abends Obst aßen. Ja, manche von ihnen nahmen sich Pflaumen oder Äpfel mit ins Bett. Der Fremde kam auch im Winter wieder, aber da wäre er beinahe an Oberheudorf vorbeigelaufen. Das lag so in Schnee gebettet, dass er gerade noch die roten Ziegeldächer herausgucken sah. Das ganze Tal glich einem riesigen Backtrug voll Mehl, und die Häuser darin lagen wie Rosinen im Teig. Alles hatte weiße Mützen auf, der Kirchturm, die Dächer, selbst die Fahnenstange vor dem Schulhaus. Und überall standen Schneemänner. Jeder Bube, ja selbst jedes Mädel hatte seinen Schneemann, und einer war immer schöner als der andere. So sah der Fremde Oberheudorf zu jeder Jahreszeit, und immer gefiel es ihm. Und jedes Mal dachte er, wirklich, hier ist es doch gut sein. Vielleicht gefällt den Leuten, die dieses Buch lesen, Oberheudorf auch so gut. Und wenn sie vielleicht auch nicht hinreisen können, so denken sie an das freundliche Dörfchen, das irgendwo im deutschen Vaterland liegt. Und in dem sich Buben und Mädel so herzensfroh ihres Lebens freuen. Das war unsere erste Oberheudorfer-Buben-und-Mädel-Geschichte. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, oder vielleicht sogar eine Patreon-Kanal-Mitgliedschaft, um meinen Kanal auch außerhalb von YouTube zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. Und jetzt schlaf gut. Untertitelung.